Willkommen bei Profi-Schnack.de Heute habe ich ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie und zwar den Esstisch Wagon von Sören Tafels aus Holland als Esstisch 2,40 m auf 100 massiv geölt, die Füße auch eigenmassiv, aber gebeizt Nun, was lässt sich über diesen Tisch sagen? Viel Platz, hohe Stabilität, tolle Holzauswahl klasse Struktur, geölte, natürliche Optik Designmerkmal, hier diese 2 Metalliszenen in der Mitte macht das Ganze noch ein bisschen modischer, fächer, designiger hier passen locker, 10 Stühle dran 4, 4, 1, 1 Sie haben eine sehr hohe Stabilität hier Sie haben unter dem Tisch noch so 2 Metall-Querverstrebungen damit der Tisch verzugsfrei ist Kein massives Tisch ist ganz verzugsfrei aber das tut den Tisch natürlich schon Stabilisieren Das ist ein Prototyp, dieser Tisch wurde als erstes so gebaut um ihn zu sehen, wie er ankommt und der Tisch kostet heute 2739 Euro für Sie als Prototyp 1250 Euro Abholpreis Finde ich für diesen Tisch wenig Geld wenn Sie wissen, dass es ein holländischer Tisch ist mit toller Holzauswahl Designiger Optik Wagon von Sören Ein Tisch für Sie Sie können auch eine Party drauf feiern Sie können hier auch drauf tanzen Probieren Sie es aus Kommen Sie nach Empfingen oder schnappen Sie zu Dankeschön und Tschüss Hier Lutz Reinhardt